Guten Tag, mein Name ist Carsten Hebenthal. Ich bin Schulleiter der Günter-Wöhe-Schulen und des Günter-Wöhe-Gymnasiums, einer weltoffenen beruflichen Schule hier im Herzen der Landeshauptstadt Saarbrücken. Wir sind eine Schule mit den besonderen Profilen Wirtschaft, Gesundheit und Soziales und Informatik. Bei uns unterrichten Experten, die berufliche Erfahrungen in diesen Bereichen haben und ihnen berufliche Handlungskompetenzen und Studierfähigkeit vermitteln. Wir freuen uns auf Sie. Hallo, mein Name ist Susanne Porow. Ich bin hier die Abteilungsleiterin des Günter-Wöhe-Gymnasiums und wir freuen uns auf dich, wenn du zu uns kommst, um dein allgemeines Abitur bei uns zu machen. Denn wir bieten zwar drei Fachrichtungen an, aber bei uns macht trotzdem jeder ein allgemeines Abitur, mit dem er auch jedes Fach am Ende studieren kann. Wir bieten eine schöne familiäre Atmosphäre in unserem kleinen Haus und bei uns kannst du neue Lehrkräfte kennenlernen, neue Mitschülerinnen und Mitschüler und vor allem die neuen Fachrichtungen, in denen du dich dann richtig fachlich austoben kannst. Hallo, mein Name ist Robin. Ich bin auf Empfehlungen von Freunden hierher gekommen, absolviere dieses Jahr mein Abitur und habe als Leistungskurs das Fach BWL. Das macht mir viel Spaß. Mein Name ist Jana. Ich werde dieses Jahr am Günter-Wöhe-Gymnasium mein Abitur machen. Ich belege das Fach VWL und es interessiert mich sehr, da ich die wirtschaftlichen Zusammenhänge sehr interessant finde. Mein Name ist Josy. Ich habe mich für die Günter-Wöhe-Schule entschieden aufgrund der neuen Zweige. Ich belege den Zweig Gesundheit und Soziales, habe es auch noch nie bereut. Gesundheit ist auch mein absolutes Lieblingsfach und auch mein Leistungskurs und ich kann es auch nur jedem empfehlen, der diesen Bereich interessant findet. Hi, ich bin Lara. Hallo, ich bin Lea und wir haben uns für die Günter-Wöhen-Schule entschieden, da wir gelesen haben, dass nun jetzt auch in Saarbrücken der Fachbereich Gesundheit und Soziales angeboten wird und wir uns von Anfang an für die Fächer Psychologie und Gesundheit interessiert haben. Deshalb haben wir uns auch für den Leistungskurs Psychologie entschieden, da er uns am Anfang schon sehr interessiert hatte und immer noch tut und dadurch ist uns auch unsere Studienwahl leichter gefallen. Hallo, ich bin Daniel. Ich gehe auf die Günter-Wöhe-Gymnasium-Fachrichtung Informatik. Ich finde es ganz cool, dass die Schule Informatik anbietet, weil mich das auf mein späteres Studium vorbereitet und mir gefällt generell hier die Lernatmosphäre, vor allem Informatik.